Was ist das Internetprotokoll für die Netzwerkschicht? Was aber leider ja heutzutage beim Internet längst nicht mehr eine sinnvolle Annahme ist. Und insofern ist es schon ein großes Problem, dass die Aspekte Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität zunächst nicht berücksichtigt wurden. Daher ist es die Idee, dass man das IP verbessert und da eine Ergänzung durchführt. Und das ist das IPsec, das Internetprotokoll Security, eine Standardisierung durch die Internet Engineering Task Force, die um 1998 begonnen wurde. Es war erst so gedacht, dass das IPsec dann als Ergänzung zu dem IPv6 mit dabei ist, sozusagen ein integraler Bestandteil davon wird. Aber wo man gesehen hat, dass es verzögert sich bei der IPv6-Einführung, also die ja dann doch viele Jahre nicht richtig in Gang kam, hat man das Ganze auch rückportiert. Und so ist das genauso jetzt für IPv4 verfügbar. Insgesamt ist das IPv6 ein recht komplexes Rahmenwerk. Es bietet viele Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten. Man kann zum Beispiel Algorithmen dann aushandeln, welche verwendet werden sollen. Das macht das Ganze nicht sehr einfach. Also hier müsste man schon bei vielen Organisationen Spezialisten haben, die sich sehr detailliert mit dem Thema beschäftigen, um das richtig einzurichten. Zu dem IPsec, was ja wie schon gesagt auf der Netzwerkschicht angesiedelt ist, gehört auch noch ein Schlüsselaustauschprotokoll, das Internet Key Exchange Protokoll, was auf der Anwendungsschicht angesiedelt ist. Und dort insbesondere den Schlüsselaustausch am Anfang mit asymmetrischen Verfahren, sprich dem Diffie-Hellman-Verfahren, durchführt. Gucken wir uns das IPsec hier mal in einem Szenario an, wo es sich anbietet, dieses Verfahren zu verwenden. Also wir haben jetzt hier eine Organisation, die hat zwei Standorte. Innerhalb dieser beiden Standorte vertraut man sich gegenseitig, aber es soll auch zwischen den Standorten kommuniziert werden, wo man dann das Internet verwenden möchte. Aber das Internet ist wie bekannt jetzt ja unsicher und man muss sich sozusagen was überlegen, wie man trotzdem die Sicherheitsaspekte sicherstellt. Das heißt, dass man die Vertraulichkeit und Integrität und Authentizität hat. Und dafür wird ein Tunnelprotokoll verwendet. Das heißt, die Daten, die man übertragen möchte, die verschlüssele ich zum einen, die Kommunikationsinhalte. Und ich wende Hash-Funktionen und auch in Kombination mit Zertifikaten hier an, um die Integrität und Authentizität sicherzustellen. Beim IPsec gibt es nicht nur diesen Tunnelmodus, sondern auch einen anderen Modus, den Transportmodus. Beide sind Sie jetzt hier auf dieser Folie mal dargestellt. Also sozusagen den Tunnelmodus ist, wie eben gesehen, kann man verwenden, um zwei Subnetze miteinander zu verbinden über ein unsicheres Netz. Und dabei wird das komplette IP-Paket gekapselt. Das heißt, auch der bisherige IP-Header wird nicht mehr zum Transport der Daten durch das Netz verwendet, sondern es wird ein zusätzlicher IP-Header davor gehangen, der die IP-Adressen des Tunneleingangs- und Tunnelausgangspunktes enthält. Das hat auch noch im Weiteren den Vorteil, dass die genauen Ziel- und Absenderadressen nicht bekannt gegeben werden. Das heißt, man weiß nur, ja, da wird jetzt zwischen diesen Tunneleingangs- und Ausgangspunkten miteinander kommuniziert, aber welche Endsysteme da wirklich miteinander kommunizieren, kann man hier nicht feststellen. Das ist anders bei dem Transportmodus. Hierbei wird das Ganze sozusagen schon begonnen auf den Endpunkten dann. Und das Ganze bezieht sich nur auf die Nutzdaten. Also nur der Payload, der wird verändert, der IP-Header dagegen, der wird so verwendet, wie er ist. Und ja, insbesondere werden die IP-Adressen so für die Weiterleitung genutzt, ohne die zu verändern. Und das Ganze ist einfacher zu realisieren. Neben diesen beiden Modi, die man auswählen kann, gibt es auch noch zwei Varianten des IPsec-Protokolls. Einmal den sogenannten Authentication-Header. Dieser dient dazu, die Sicherstellung von Integrität und Authentizität durchzuführen. Aber wichtig ist, dass er nicht die Vertraulichkeit sicherstellt. Das heißt, wenn ich den Authentication-Header verwende, dann sind die Daten unverschlüsselt. Und ja, ich habe jetzt hier zur kryptografischen Prüfsummen, also diese Hashes zur Verfügung. Und da stehen jetzt einige Optionen zur Verfügung. Gerade auch diese bekannten Optionen SHA1, SHA-Sternchen und MD5. Man kann hier auch keine Prüfsumme wählen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist vielleicht für Testzwecke sinnvoll. Aber natürlich sollte das nicht im laufenden Betrieb die gewählte Option sein. Ja, jetzt ist vielleicht die Frage, was bringt denn das jetzt, wenn man da keine Vertraulichkeit hat? Da gibt es schon Szenarien, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel bei der Übertragung von DNS-Daten. Denn beim DNS, also das heißt bei der Umsetzung von Domainnamen auf IP-Adressen, da kommt es ja darauf an, dass dieses Ganze richtig ist. Und es kommt nicht darauf an, dass das Ganze in vertraulicher Art und Weise ist. Denn welche IP-Adresse zum Beispiel zu dem Web-Server der FA Lübeck gehört, das ist keine geheime Information. Aber es soll so übertragen werden, dass diese Informationen halt stimmen dann. Das wäre jetzt aber nur ein Beispiel-Szenario, wo man sieht, dass das sinnvoll sein kann. Eine andere Variante, die hier auch standardisiert wurde, diese zweite Variante, ist das Encapsulating Security Payload. Und hierbei wird neben der Integrität und Authentizität auch die Vertraulichkeit sichergestellt. Bei der Integrität und Authentizität ist das genauso wie bei dem Authentication Header. Mit vergleichbaren Optionen stehen hier zur Verfügung. Und dann zur Sicherung der Vertraulichkeit. Da habe ich dann hier symmetrische Verschlüsselungen zur Verfügung. Das heißt, da habe ich dann Varianten wie AES, DES und so weiter hier zur Auswahl. Beide Varianten, die verhindern sogenannte Replay-Angriffe, indem sie Sequenznummern nutzen. Replay-Angriffe, das sind Angriffe, wo jemand dann Datenverkehr aufgezeichnet hat und spielt den quasi zu einem späteren Zeitpunkt nochmal ein, was zur Verwirrung führen kann oder dann auch gewisse Aktionen zum Beispiel doppelt ausführen lassen kann. Aber um das zu erkennen, dass das wiederholter Datenverkehr ist, da hat man hier Sequenznummern und die Sequenznummern stimmen dann halt nicht, wenn das Ganze dann nochmal wieder eingespielt wird. Und insgesamt ist es so, dass das Authentication Header und Encapsulating Security Payload, das muss ich nicht nur eins von den beiden verwenden, sondern ich kann auch sowas machen, dass das Ganze kombiniert ist. Da folgt dann zum Beispiel auf einen Authentication Header gleich der Encapsulating Security Payload Header und da kann man sich verschiedene Dinge überlegen, wobei auch nicht alle sinnvoll sind. Also zum Beispiel könnte man das so machen, dass man innerhalb eines Standortes das Authentication Header lediglich nutzt und dann den Tunnel zwischen den Standorten mit ESP realisiert. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das Ganze die Daten verändert. Also hier haben wir jetzt zunächst mal den Authentication Header und oben habe ich den Fall mit dem Transportmodus. Das heißt, die Daten sehen vorher so aus, ich habe einen IP Header und danach die Nutzdaten und dann, wenn das sozusagen so verändert wird in dem Transportmodus, das ist ja dann, was das Endsystem macht. Das Endsystem fügt hier halt einen Authentication Header mit ein und dieser Authentication Header enthält insbesondere eine Prüfsumme, die dann sicherstellt, dass der Rest hier stimmt. Das ist sozusagen der IP Header und auch die Nutzdaten, dass hier nicht manipuliert wurden und dass die auch von dem angegebenen Absender hier standen. Okay, den Authentication Header, den kann ich auch im Tunnel-Modus verwenden und hier haben wir ja dann sogar noch einen weiteren Schritt, um die Dinge zu verändern. Das heißt, das Original-IP-Paket sieht erstmal hier wiederum so aus. Wenn es dann zu diesem Tunnelgerät kommt, also das Gerät, was diesen Tunnel-Eingangspunkt darstellt, dann wird hier ein zusätzlicher IP Header davor gefügt und dieser zusätzliche IP Header enthält dann als Quelladresse die von dem Tunnel-Eingangspunkt und als Zieladresse die von dem Tunnel-Ausgangspunkt. Und dann wird quasi der IP Header, der bisherige IP Header und die Nutzdaten so behandelt, wie das oben nur der Fall war mit den Nutzdaten. Beides wird hier hinten mit reingebracht und dann insgesamt wird hier alles authentifiziert. Das heißt, wenn hier irgendwelche Änderungen wären, in dem IP Header hier vorne zum Beispiel, das würde hier auch auffallen. Dann gucken wir uns jetzt das ESP hier an, auch in dem Transport- und Tunnel-Modus. Bei dem ESP ist es dann so, dass man hier zusätzlich eine Verschlüsselung durchführt. Das heißt, die Nutzdaten, die man hier hat, die Nutzdaten, die werden hier dann verschlüsselt und ein entsprechender Header davor gehangen, der das Ganze steuert. Eine Prüfsumme kommt hier auch vor, die ist nicht im Header enthalten, wie das beim Authentication Header der Fall war, sondern die finde ich hier am Ende vor. Und dann ist dieser Bereich hier von hier bis hier ist dann authentifiziert, ja, und wobei ja auch dann die Integrität mit abgesichert wird. Aber was Sie hier sehen, oder wenn Sie es genau aufgepasst haben bei dem Authentication Header, dann sehen Sie, dass hier der IP Header nicht geschützt ist. Das heißt, Manipulationen an der Stelle bei dem IP Header kann ich nicht erkennen. Okay, und wenn ich mir den Tunnel-Modus dann noch anschaue, dann ist es ähnlich wie bei dem Authentication Header, dass das sozusagen wie vorher nur die Nutzdaten behandelt wurden. So werden hier jetzt IP Header und die Nutzdaten behandelt. Das bedeutet insbesondere auch, IP Header und Nutzdaten sind verschlüsselt. Ja, damit weiß ich nicht mehr, wie waren die IP-Adressen in dem ursprünglichen IP Header, beziehungsweise ein Angreifer, der jetzt hier das Netz abhört, der kann das nicht feststellen. Ja, wenn man jetzt insgesamt das IPsec mal sich anschaut und überlegt, wie sinnvoll ist das für eine Organisation, dann kann man hier natürlich Vor- und Nachteile feststellen. Also das Internet basiert ja insgesamt auf dem Internetprotokoll. Daher bedeutet das, wenn ich IPsec verwende, dann geht das für alle Anwendungen. Alle Anwendungen basieren ja dann auf dem IP. Das heißt, wenn ich auf dieser Ebene das Ganze absichere, dann habe ich jede Anwendung, die es gibt, geschützt. Und ich habe hier insgesamt Möglichkeiten, die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität abzusichern. Ja, und bei dieser Sicherstellung habe ich die Wahl der Algorithmen und habe hier auch sehr vernünftige Algorithmen, die den Stand der Technik darstellen als Option zur Auswahl. Nachteil ist allerdings beim IPsec, dass das relativ komplex ist von den ganzen Standards und auch von den Implementierungen. Hier muss man sich schon im Detail damit befassen, denn es ist gefährlich, wenn man irgendwelche Tunnelkonfigurationen gemacht hat und die Tunnelkonfigurationen aber nicht stimmen dann, dass die Daten dann doch irgendwie nur schwach verschlüsselt oder gar nicht verschlüsselt über das Netz gehen. Man hat den Aufwand, die entsprechenden Tunnelkonfigurationen herzustellen und auch Zertifikate bräuchte man hier sinnvollerweise, um auch die Authentizität sicherzustellen. Verwende ich das IPsec auch auf den Endsystemen, dann brauche ich spezielle VPN-Clients und muss auch dafür sorgen, dass die Endsysteme gut abgesichert sind, damit nicht die Endsysteme dann hier das Einfallstor in das eigentlich ja mit IPsec geschützte Kommunikationsbereich dann darstellen.